Ja, einen wunderschönen, wundervollen Tag wünsche ich heute am letzten Tag im Juni, den 30. Und das lag am Unterdeck. Ich habe Karten gemischt von Ciro Machetti und, ja das stimmt jetzt so nicht ganz, von, doch Ciro Machetti, stimmt sogar, ja die Namen, die habe ich nicht immer so auf dem Schirm. Der 30., das Ende des Monats, Juni, bringt uns Fahrt auf in den Juli, der Juli der Sieben im Tarot zugeordnet, dem Wagen, also mit schnellen Bewegungen voran, im Neumond Krebs, emotional, manchmal etwas bedürftig, aber dann doch durchstartend, denn der Krebs ist emotional oder emotionales pur. Ganzes Video, YouTube, Clarissa M.seite und da kam auch Neptun und Saturn, warum auch immer, denn ja, der Krebs ist schon so einer, der sich gern zurückzieht und träumt und erst mal ganz tief in seinen Emotionen gräbt und der Steinbock Vollmond am 21. lässt all das Karma hinter sich und da geht es natürlich dann auch um Grenzen und Lektionen, die wir jetzt in diesem Jahr 2024 im Achterjahr erfahren dürften und dürfen, denn das Achterjahr, ich erinnere an das große Löwentor am 8.8.2024 in der Acht, ja, da wird sich der Turm sprengen und ich denke mal, der Juli ist jetzt genau dieser Monat, der das Ganze vorbereitet, die Sprengung eben im Steinbock am 21. jetzt in die Auflösung zu gehen, aber jetzt sind wir erst mal beim Neumond Krebs und der sagt uns, ich möchte meine wahren Emotionen wahrnehmen, wahrhaftig annehmen, erkennen und nach diesem Leben, also nach meinem Herzen, ich möchte gerade als Krebsfamilie oder mein Umfeld so gestalten, dass ich mich zu Hause fühle, dass ich mich angekommen fühle in meinem Reich, in meinem Zuhause, da wo ich unterwegs bin, da wo ich mich niederlasse, nämlich in Sicherheit für mich und für meine Liebsten und da habe ich dann auch nochmal dementsprechend die Atemtherapie mit reingenommen, Harmonisierung durch Atmung, eben um dann dementsprechend in diesen Gleichklang zu kommen, denn der Krebs tut sich da manchmal schwer, er geht bekanntlich einen Schritt vor, drei zurück, also er gräbt und gräbt, geht in die Melancholie, steigt auf, naja, dann sieht er die Sonne, dann fühlt er sich wieder wohl, gerade jetzt in den Wärmemonaten, bevor der Herbst kommt und er dann völlig in die Depression hineinverfällt, in die Melancholie, deswegen ist das Sonnetanken ganz besonders wichtig, eben auch für die Nerven und für den Blutdruck und für das allgemeine Wohlbefinden des Krebses, also Sicherheit für dich und deine Liebsten durch den Krebs jetzt im Neumond am 6.7. um 0.59 Uhr, ha, ich habe mir es gemerkt, ist doch schon mal was, der fürsorgliche Krebs, ja, und da geht es einfach um die Liebe, deswegen habe ich auch schon mal ein kleines Liebestendenz-Oragel jetzt vorbereitet, die Karten vorher gemischt, damit das Video bei 8 Minuten circa bleibt und der Steinbock beendet dann diese schwierige Phase und dann wissen wir doch alle, dass wir durch Mitgefühl, dass wir zum Ausdruck bringen, dementsprechend auch wirklich alles hinter uns lassen können, indem wir einfach diese Schwierigkeiten durch unsere Liebe zu uns selbst, durch das Mitfühlen mit anderen, dementsprechend auch wieder in diese Harmonie des Herzens hineinkommen. Grün, die Farbe des Herzens, passend zum Krebs und hier nochmal die Transformation, dementsprechend der Jaspis für den Steinbock, der eben jetzt dann die Sonne erblickt, indem er alles hinter sich gelassen hat. Heute am 30.06., dem letzten Tag im Juni, die Herrscherin, die Neues jetzt gebärt in der Liebe und da kam, die Zeit ist reif. Bingo Bongo. Ja, die drei, die Herrscherin, die sieben für den Juli zugeordnet. Die Zeit ist reif. Zu gebären. Jetzt Neues auf den Weg zu bringen. Eine völlig neue Ära jetzt durchzustarten oder die neue Ära jetzt in Angriff zu nehmen und die Eule weiß ganz genau, hier ist sie, die Eule, wo es lang geht. Sie hat genug Wissen angesammelt. Ja, der Krebs hat jetzt so viel geforscht, dass er ganz genau weiß, wie er es macht. Und wenn ein Krebs weiß, wie er was umsetzt, dann aber hallo, halte ich fest jetzt im Juli, denn jetzt startet er durch. Nichts mehr einen Schritt vorwärts, drei zurück, vielleicht drei vorwärts. Hoppala, da muss ich noch einmal kurz innehalten, also gehe ich noch einmal einen Schritt zurück. Eher jetzt so rum. Ja, die Wege öffnen sich so oder so in der Zweite Hohenpriesterin, die ja ganz präsent im Juni war. Dazu gerne meine Videos ansehen. Der Wonne-Monat Juni, Juli. Und letzten Endes geht es immer darum, auf sein Herz zu hören und sich selbst treu zu bleiben. Denn dann eröffnet sich eben die neue Welt. Spätestens zum 8.8. sprengt sich dieser Turm. Im Lenormand ist es auch so der Turm, der so die Schwere mit sich bringt. Aber da ist schon das Licht. Und wenn wir unserem Herzen folgen, also die Sechs den Liebenden folgen, dann eröffnen sich eben neue Wege. Dann gehe ich mit meinen Liebsten oder mit meinen guten Bekannten oder Freunden oder meinen Zukunfts-Lover eben neue Wege. Und ja, jetzt ist Spielzeit, soll ich sagen. Der Juli bringt uns genau in diese Schubkraft hinein, um dann der Sonne entgegenzulaufen, also unserem Herzen zu folgen, damit eben jetzt diese Liebe, diese Seelenliebe aufs tiefsten Herzen zelebriert werden kann. Denkt dran, innen wie außen die 2. die hohe Priesterin gerne nachlesen, meinekraft.ch. Auch gerne die 3, die 6 und die 9, die Tesla-Zahlen, denn wir sind heute am 30.6. genau in dieser 3, 6, 9, den Tesla-Zahlen, die er wahnsinnig gern auch in seinen Lebensplan immer aufgenommen und berücksichtigt hat, der Nikolai Tesla. Ja, und hier haben wir den Krebs. Und der Krebs geht jetzt den neuen Weg zielstrebig voran und löst das alte Karma mit dem Steinbock spätestens am 21.07. auf. Irgendwann mittags um 12 Uhr und der Barzer quetschte. Namaste. Und eine wundervolle Zeit. Claire. Ja. Irgendwann mittags um 13.09.